Du fandest mich auf dem Weg zur Arbeit in dieser Kiste. Du warst sofort von mir verzaubert, denn in mir haust die Seele einer ägyptischen Königin, doch mein eifersüchtiger Pharao wirbannte mich mit diesem Fluch. Erst hattest du Spaß und Freude mit mir, aber meine unsterbliche Schönheit verfluchte dich. Ich folgte dir und deiner Obsession. Ja, ich folgte dir. Überall hin Du bekamst Angst Furchtbare Angst Wolltest mich sogar zerstören, aber du konntest es nicht. Ihr Männer seid zu schwach. Also machst du es jetzt genau wie alle deine Vorgänger zuvor auch. Du gibst mich weg. So, jetzt kennt ihr die Geschichte. Ich kann sie nicht töten. Das Einzige, was ich machen kann, ich soll ein anderer den Fluch nehmen. Irgendeiner von euch trottet, die das hier sehen. Verliebt euch in sie. Nehmt sie mir weg. Ich kann sie nicht töten. Ich muss den Fluch weitergeben. Hier, ich schenke es euch. Ich muss das hier sehen. Live.